Hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ich bin Santina Di Martino, 48 Jahre alt und komme ursprünglich aus Italien. Ich bin gelernte Modeschneiderin und mein Schwerpunkt ist die Sous-Schnittkonstruktion. Ich habe studiert Mode und habe ich weiterentwickelt in der Schnittkonstruktion im CAD-Programm, also Schnittkonstruktion am PC. Ich bin selbstständig, habe ich mich gemacht seit zwei Jahren komplett in Vollzeit, habe vorher in einem großen Unternehmen gearbeitet und nebenbei immer die Nähkurse gegeben, weil das ist meine Leidenschaft und ich liebe es. Ich habe mich für die Sous-Maß-Anfertigung entschieden als Schwerpunkt zu behalten, weil ich freue mich, Frauen, die es schwer haben, was zu finden auf dem Markt, den perfekten BH anfertigen. Und zwar gibt es jetzt Frauen, die halt vielleicht eine große Oberweite haben oder es gibt Frauen, die eine kleine Oberweite haben und nichts finden auf dem Markt und es gibt es Frauen, die den Schicksal vielleicht schwer haben und Krebs hatten oder haben und da bauen wir gerne eine Tasche für Prothese und auch für diese Frauen haben wir tollen Dessous. Die Maßanfertigung läuft bei mir so, dass der Kunde ruft mich an und erstmal tut er mich kennenlernen am Telefon und fragt, was gibt es für Möglichkeit. Dann berate ich am Telefon, ob der Kunde gerne einen Termin bei mir möchte, machen wir einen Termin und dann erkläre ich erstmal, was passiert in einer Maßanfertigung. Und es ist so, da werde ich Maße nehmen, ich erkläre was für Material, was für den Kunden auch besser ist, ob das ein Bügel-BH oder möchte der Kunde keinen Bügel anhaben, sondern ohne Bügel ein BH. Da gibt es eine Beratung dafür und dann entscheidet der Sekunde sich, ob er das bei uns machen lassen möchte und dann machen wir erstmal die Schnittkonstruktion, die erste Anprobe und dann wird das so lange anprobiert, geändert, bis der Kundin uns sagt, so jetzt fühle ich mich wohl. Ich habe mir ein Lager in der Zeit aufgebaut, der Name Fantasia, hier im Wohlschein, wo wir nicht nur Maßanfertigung machen, sondern auch Nähkurse anbieten und Workshop anbieten und auch Modenähkurse. Ich trenne das, also wir haben Modenähkurse und Dessous-Nähkurse getrennt und die Samstage haben wir gerne für Workshops, sei es Oberloch-Workshop, Coverloch-Workshop, Stick-Workshop, das bieten wir gerne am Wochenende immer an. Mein Ziel ist es, den perfekten BH jeden Frau anzubieten. Da bin ich immer mehr, immer mehr auf dem neuesten Stand, mit CAD weiterzuarbeiten, Schnitte zu entwickeln, wo die Frauen, die hier im Nähkurse kommen, auch selber nähen können und realistisch auch Maße haben und ja, ich immer weiterentwickeln in diesem Bereich. Ich freue mich für jeden Daumen hoch und ich würde mich auch total freuen, wenn ihr die Glocke aktivieren tut. Dann verpasst ihr nämlich keine Neuigkeit, die wir in der Zukunft für euch vorbereitet haben. Euch erwarten in den nächsten Videos viele Nähtipps, Tutorials und Nähanleitungen. Bis dann, Ciao!